Vom Leben der Natur Diese Woche auf der schwarzen Liste. Die Landschaftsarchitektin Cordula Leudl-Reisch spricht über invasive Gartenpflanzen und deren Umgang in Mitteleuropa. Heute regional unterschiedliche Verbote. Neophyten, worum handelt es sich dabei eigentlich? Das sind Pflanzen, die Neueinwanderer sind. Neuanwanderer, da könnte man sich jetzt vorstellen, dass sie von gestern oder vorgestern sind. Aber man rechnet ab einem bestimmten Jahr mit den Neophyten. Und zwar ab 1492. Klingt jetzt sehr, sehr weit zurück. Ist es auch. Allerdings, warum 1492? Damals gab es die großen Entdeckungsreisen. Und im Zug dieser Entdeckungsreisen hat man eben auch Pflanzen importiert. Also neu importierte, neu eingewanderte Pflanzen. Und wenn sie dann solche Pflanzen sind, die invasiv sind, also die sich ausbreiten, die zum Verwildern tendieren, dann nennt man sie invasive Neophyten. Und diese invasiven Neophyten können unter Umständen böse Folgen haben für die ortsübliche, die Botanik, die Flora, die wir eben vorfinden an der Stelle, wo wir uns befinden. Und daher gibt es seit einigen Jahren große Diskussionen darüber, wie man umgeht mit den sogenannten invasiven Neophyten. Da gibt es auch unterschiedliche Zugänge. Mittlerweile hat man auch diverse dieser invasiven Neophyten in einer Liste, die die EU verfasst hat. Dort wurde es veröffentlicht, verfasst wurde es selbstverständlich von Botanikern, von Pflanzensoziologen. Es haben natürlich auch die Handelsexperten und verschiedene Baumschulen mitgeredet in diesem großen Prozess, der dann letztendlich zu einer EU-Verordnung führt. Und darin wird aufgelistet, welche Pflanzen nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen, nicht mehr weiter verbreitet werden dürfen, auf die man verzichten muss als Gärtner, auf die man verzichten muss als Landschaftsarchitekt, Landschaftsarchitektin, auf die man verzichten muss. Im Grunde genommen mit diesen invasiven, gebietsfremden Arten, da kann man unterscheiden zwischen Arten, von denen bekannt ist, dass sie Schäden verursachen. Man kann aber auch Arten nennen, bei denen anzunehmen ist, dass sie Schäden verursachen. Die heißen dann potenziell invasiv. Und Arten, die eben noch nicht vorkommen, von denen man aber ausgeht, dass sie ab dem Moment, wo sie eingeführt und angepflanzt würden, sich dann doch so wohlfühlen würden, dass sie sich ausbreiten würden. Also diese drei großen Unterscheidungen, die muss man letztendlich im Kopf behalten. Und die sind auch die Unterlage auf Basis, deren eben die EU-Verordnung erstellt wurde. Auch in Österreich wurde entsprechend dazu vorgegangen. Und wir kennen es auch von der Schweiz, die da in manchen Schritten auch noch ein Stück weitergegangen ist, weil sie eben vielleicht andere Schäden oder mehr Schäden schon erlebt hat durch invasive Neophyten. Zum Beispiel Pflanzen, die nicht mehr verkauft werden dürfen, die nicht mehr angepflanzt werden dürfen und auch nicht mehr vermehrt werden dürfen. Da gilt jetzt in der Schweiz etwa eine Verordnung. Und die sagt, seit dem 1. September 2024 sind folgende Arten verboten. Dazu zählt der Götterbaum, dazu zählt der Riesenbeerenklau, Heraklium mantegatianum, das drüsige Springkraut, Imparziens glandulifera, eine Pflanze, die sich bei uns an Feuchtgebieten, an Gewässern extrem breit gemacht hat und alle anderen Arten im Grunde vertrieben hat. Dazu zählt der asiatische Knöterich. Kennen manche der Wienerinnen und Wiener vielleicht vom Wienfluss. Dort hat sich genau diese Pflanze, also dieser Knöterich, extrem ausgebreitet, hat dort das Schilf verdrängt. Man rechnet auch damit, dass sie den Untergrund und den Boden nicht so gut halten können wie das Schilf. Also dass sie etwas schlechtere Verwurzler sozusagen sind und damit natürlich auch beitragen, dass dann an den Flüssen vermehrt Erosion stattfindet und Material weitergetragen wird, das dann irgendwo im Hochwasserfall sich auch als Schlamm absetzen kann. Morgen um 5 vor 9. Illegal, aber zukunftsfit.